Und jetzt fuhrt unsere Mundharmonika-Künstlerin Morgit Wacke aus Unmark, aber abgestammt aus Wimersch, weil wenn ich es nicht sage, dann kriege ich Ärger von ihr. Und sie spielt uns, wenn mal... Warte mal. Wenn mal wüfter wir ihn und es gibt ein heller Mondbeschein. Warte mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020